Wir lesen weiter im Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 3 und 4, die wiederholt ich nochmal ganz kurz, dass wir gleich anknüpfen mit dem Vers 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Orten in Christus, wie er uns auserwählt hat, in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sein vor ihm. In Liebe hat er uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise seiner Herrlichkeit, Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ja, das sind jetzt wieder sehr volle Verse. Es geht los mit dem Vers 5. Ich habe den Vers 5 schon so vorgelesen, dass ich die letzten beiden Worte aus Vers 4 rübergezogen habe als Beginn des Verses 5, denn so kann man durchaus diesen griechischen Urtext auch übersetzen. Das heißt, das ändert so ein kleines bisschen die Bedeutung von Vers 4, wo es ja heißt, dass wir diese Segnungen in Christus erhalten haben durch Gott und er fängt dann an, diese Segnungen aufzuzählen. Und eine große Segnung ist, dass Gott vor Grundlegung der Welt in Christus sich ein Volk erwählt hat und damit natürlich auch die einzelnen Gläubigen sich erwählt hat. Und der Segen, der darin natürlich besteht, ist, dass Gott hier diese herrliche Absicht, dass er das wirklich haben wollte, dass der Gläubige wirklich gewollt ist in Jesus Christus. Darin besteht der Segen, dass diese Wahl in Christus fest ist. Darin besteht der Segen und dass Christus eben überhaupt, in ihm überhaupt die Möglichkeit besteht, diesen Segen an den himmlischen Ort zu Gott überhaupt zu kommen, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Darin besteht dieser Segen und in Christus, das jetzt kurz als Vorbau hier, nochmal zur Wiederholung, in Christus ist man eben dazu ausverwählt und dann auch heilig und tadellos, also auch gerechtfertigt vor Gott zu stehen. Was sonst ja zum Beispiel über das Gesetz unmöglich wäre, Jetzt heißt es aber am Ende des Verses 4 in einigen Übersetzungen, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil im Deutschen würde man so einen Satz eigentlich nicht so stehen lassen, sondern man würde vielleicht sagen, man würde diese beiden Worte in Liebe, wenn sie denn zu diesem Vers 4 gehören, würde man eigentlich am Anfang dieses Verses vermuten und sagen, Er hat uns gesegnet mit allen Segnungen und zwar erstens mal, dass er uns in Liebe auserwählt hat, vor der grundlegenden Welt in Christus auserwählt hat. Also Gott hat das in Liebe getan. Und so könnte man das jetzt erstens mal übersetzen oder verstehen, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm. Wenn wir jetzt diese beiden Worte in Liebe am Ende des Verses stehen lassen, dann stellt sich natürlich ganz große Frage, hat Gott uns in Liebe in Christus auserwählt oder hat er uns zur Heiligkeit und Tadellosigkeit in Christus auserwählt in Liebe? Also dass wir aus unserer Liebe heraus sozusagen vor Gott heilig und tadellos, also dass wir mit bewerkstelligen können, dass wir so heilig und tadellos sind, weil wir Gott so lieben. Und das halte ich für ein Problem. Und ich denke, dass auch der Originaltext, den Griechischen, diese beiden Worte in Liebe, die am Ende vom Vers 4 stehen, Ich glaube, dass diese beiden Worte nicht unbedingt zu diesem Abschnitt im Vers 4 gehören, sondern dass man die durchaus übertragen kann auf den folgenden Vers 5. Nochmal zur Erinnerung, die Verseinteilung gab es nicht. Die gibt es in diesen Originaltexten nicht im Griechischen. Es gibt auch keine Punkte und Kommas und dieser Art. Das kam auch erst später in den Abstriften der Monuskripte hinein. Und es gibt auch deutsche Übersetzungen, die übersetzen das, sie fügen diese beiden Worte in Liebe an den Vers 5 ran. Also Luther hat es zum Beispiel gemacht am Anfang seiner Übersetzung. Und er sagt damit, in Liebe hat er uns zuvorbestimmt zur Sohnschaft. Durch Jesus Christus. Für sich selbst, nach dem Zweck seines Willens. Und ich sage ganz ehrlich, das macht für mich auch etwas mehr Sinn. Ich möchte das nicht abstreiten, dass es möglich ist, dass wir natürlich auch zur Liebe gegenüber Gott berufen sind, in dieser Heiligkeit und Tadellosigkeit, die wir durch Christus ja bekommen. Das kann durchaus Liebe für Gott und Dankbarkeit erzeugen. Aber es wäre vielleicht nicht richtig zu sagen, dass es letztlich die Liebe ist, die das Werk von Jesus in uns erzeugt. Und dass diese Liebe uns dann befähigt, jetzt alles richtig zu machen und gerechtfertigt zu sein bis ans Ende unseres Lebens, aus dieser Kraft unserer eigenen Liebe. Das würde das ein bisschen auf den Kopf stellen, denn das würde wieder das Werk von Jesus schmälern. Es ist sein Werk, warum wir vor Gott heilig und tadellos dastehen und nicht unseres. Und auch hier, wie gesagt, vom Griechischen macht es wesentlich mehr Sinn, zu sagen, in Liebe hat Gott uns zuvorbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Gott hat also diese Auswahl vorgrundlegender Welt der Menschen, die bei ihm sehren werden und die, die es nicht sein werden, diese Auswahl in Christus getroffen. Und in Vers 5 sehen wir, dass er diese Auswahl in Liebe getroffen hat. Das heißt, er hat nicht in Liebe zu den einen Menschen, glaube ich, es wäre falsche Auslegung zu sagen, in der Liebe zu den einen Menschen hat er sozusagen die Auswahl für diese Menschen getroffen und in Unliebe hat er die Auswahl gegen die anderen getroffen. Das ist eine Lehre, die so streng genommen die Schrift auch nicht lehrt. Es ist einfach so, die ganze Thematik, inwiefern man auserwählt ist und vorherbestimmt ist zur Sohnschaft und inwiefern eine einzelne Person Gott schon namentlich und von der Person her bekannt war und für welche Gott dann auch das so geführt hat, dass sie wirklich Jesus annehmen wird und Christus die Rettung empfangen kann. Diese Diskussion ist eine sehr, sehr schwierige und eine sehr alte Diskussion. Also wie sehr bestimmt Gott, dass der Mensch am Ende zum Glauben kommt, dass er die Rettung auch empfängt? Wie sehr hat Gott hier vorherbestimmt und entschieden für Einzelne, dass er das diesen einzelnen Menschen geben wird und anderen eben nicht? Und hat Gott es so überhaupt vorherbestimmt oder hat er nur einfach den Plan in Christus gefasst? Und dann ist es am Ende doch jedem überlassen, ob er sich eben zum Christus wendet oder nicht. Also es besteht letztlich eben doch so eine Art Chancengleichheit. Das ist die Frage. Welche Art von Vorherbestimmung ist es? Ist es Vorherbestimmung dadurch, dass Gott einfach in Christus diese Unterscheidung trifft? Und am Ende muss aber jeder Mensch wissen, wofür er sich entscheidet? Oder hat Gott tatsächlich nicht nur den Plan in Christus gefasst, Menschen zu retten, sondern diese Menschen sogar schon vorher festgesetzt, denen er diesen Weg ebnen wird und sie dazu bringen wird, an Christus zu glauben? Diese beiden Positionen gibt es und das führt auch immer wieder zu Streitigkeiten in Gemeinden. Das ist natürlich so. Man muss ganz ehrlich sagen, man kann diese Verse 4 und 5 im Epheserbrief durchaus in die Richtung natürlich interpretieren, dass er sagt, er hat uns vorherbestimmt. Dann kann man schon in die Richtung interpretieren, dass Gott schon die Einzelnen vorherbestimmt hat und dahin auch bewegt hat, sich zu Christus zu wenden. Dass selbst das Gottes Werk ist. Und wir wissen aus anderen Stellen der Schrift, dass Gott es auch tut, dass der Vater die Menschen zu Christus ziehen muss. Sonst kommen sie überhaupt nicht zu Christus. Das ist richtig. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass diese Verse 4 und 5 von der Betonung her wirklich mehr sich darum drehen, dass Gott in Christus diese Errettung möglich gemacht hat. Und deswegen bin ich ein bisschen dazu beneigt, wirklich an dieser Stelle zu sagen, diese Verse 4 und 5, Gott hat uns auserwählt in ihm vor Grundlegende Welt. In ihm. Das ist schon eine zusätzliche Note, wo man schon sagen muss, da geht es Paulus an dieser Stelle vielleicht weniger darum, dass er jetzt wirklich eine exakte Menge ganz persönlich dazu bewegt, sich zu Christus zu wenden. Und die anderen bekommen diesen Vorteil nicht, dass Gott sich zu Christus schiebt, in diesen Glauben hineinschiebt. Das ist hier, glaube ich, nicht die Lehrabsicht, die Paulus hat, sondern die Lehrabsicht ist wirklich zu sagen, der Segen besteht darin, dass Gott überhaupt in Christus die Wahl getroffen hat, überhaupt eine Möglichkeit geschaffen hat, dass überhaupt Menschen heilig und tadellos vor ihm stehen können. Das ist, glaube ich, worum es wirklich geht und das ist der Segen, um den es Paulus hier geht. Und auch im Vers 5, wo es heißt, und in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft oder zur Kindschaft, wenn man das jetzt so umbesetzen möchte. Sohnschaft ist natürlich korrekter übersetzt. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, aber auch hier fügt er dazu, durch Jesus Christus. Die Vorherbestimmung besteht dadurch, dass es in Jesus Christus gewirkt wird. Das heißt, die Betonung ist weniger, da will ich einfach ehrlich sein, auch ich hätte das gerne lieber anders interpretiert, aber ich muss ehrlich sein, im Vers 5 steht meines Erachtens, wenn ich es objektiv betrachte eher, dass diese Vorherbestimmung damit zu tun hat, dass es in Christus überhaupt eine Sohnschaft gibt. Und Gott hat das Werk von Christus vorherbestimmt, das Christus tun würde. Und er hat Vorkenntnis gehabt, über die, die zu Christus sich wenden würden. Das ist so. Also es geht ihm im Vers 5 weniger darum zu unterstützen, diese Lehre zu unterstützen, dass man sagt, Gott hat sozusagen wirklich vor Grundlegung der Welt eine Art Liste gehabt, wo dann sozusagen vorherbestimmt hat und festgelegt hat, wer Jesus annehmen würde. Ich glaube, dass Gott wirklich im Wesentlichen die meiste Arbeit tut, was die Rettung betrifft. Die meiste Arbeit tut, damit ein Mensch überhaupt zu Jesus Christus kommen kann, sich überhaupt besinnt, eine Herzensänderung in ihm geschieht. Das glaube ich im Wesentlichen nicht, diese sogenannte Entscheidung eines Menschen für Christus, die so viel propagiert wird in vielen Gemeinden. Ich glaube, dass diese Entscheidung ohne Gottes Wirken nicht kommen kann. Das ist nicht möglich. Aber ich glaube auch, dass diese Verse in 4 und 5 im Epheserbrief hier nicht wirklich diese Lehrabsicht haben, ja, Gott hat uns vorherbestimmt, schau, er hat vor Grundlegung der Welt schon dein Buch, dein Name in ein Buch geschrieben und so kann jetzt keiner mehr verhindern, dass du zu Jesus kommen willst. Du selbst hast sozusagen sozusagen gar keine eigene Wahl mehr. Ich, ich, ähm, also muss ich sagen, in Heil reingezwungen. Ähm, das, ich glaube nicht, dass das diese Verse 4 und 5 hier lehren, obwohl ich glaube, aus anderen Stellen der Schrift, dass Gott definitiv im Wesentlichen schon so handelt. Nur glaube ich nicht, dass diese Verse 4 und 5 das sagen wollen, sondern sie sagen tatsächlich eher, dass Gott eine Vorherbestimmung gemacht hat zur Sohnschaft. Gott, Paulus möchte sagen, es ist so ein Segen, dass Gott in Christus diese Dinge möglich gemacht hat. Und der Segen besteht auch darin, dass Gott, äh, darin eine, eine Kindschaft uns verleiht, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, äh, wie es Johannes auch in seinen Briefen auch schreibt, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Das geht nur durch Jesus Christus und es ist ein Teil dieses großen Segens, für den Paulus, den Herrn ja auch preist im Vers 3. Und so geht er weiter mit seinen Segensbeschreibungen und sagt also hier jetzt immer mehr über diese Segnungen aus. Das Erste ist, dass er in Christus eine, eine Vorwahl getroffen hat, die aber sicherstellt, ähm, dass die Menschen, die dann in Christus sind, wirklich auch dazu vorherbestimmt sind. Und das ist auch eine sichere Sache dann, dass sie denn wirklich Kind Gottes auch sind. Dieser Vers 5, ist, wie gesagt, deswegen so herrlich, weil es eben auch heißt, dass Gott es in Liebe getan hat. Und hier bin ich mir dann doch sicher, dass es um die Liebe geht, die er nicht nur für den Sohn Jesus Christus hat, der Vater, sondern eben auch für die Kinder, die er dem Herrn Jesus auch schenken wird. Und da heißt es ja auch, in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Gott hat es für sich selbst gemacht, nach dem Zweck seines Willens, nach dem Wohlgefallen oder Zweck seines Willens. Das heißt, es war Gottes Wille und es ist nach wie vor Gottes Wille und es ist auch sein Zweck, den er damit verfolgt. Worin besteht dieser Zweck? Das sagt er jetzt im Vers 6. Diese Vorherbestimmung in Christus, dass man Kind Gottes sein wird durch Jesus Christus, dass man heilig und tadellos vor Gott sein wird durch Jesus Christus, das erfüllt den Zweck, den Gott damit verfolgt. Und das ist im Vers 6. Der Zweck ist zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Der Zweck, den Gott mit diesen Dingen verfolgt, ist, dass die Gnade, die Gott durch diese Dinge erweist, dass die Gnade, die Gott durch Jesus Christus erweist, würdig sind, dass Gott verherrlicht wird, dass er gepriesen wird, gelobt wird, dass ihm gedankt wird, dass er angebetet wird für diese große Gnade, worin er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Damit ist Christus natürlich gemeint. Dieser ist der Geliebte Gottes. Das heißt, Gott hat vor Grundlegung der Welt diese Dinge beschlossen in Christus, damit er selbst verherrlicht wird aufgrund der Gnade, die er in Christus Menschen geben wird. Zum Preise seiner Herrlichkeit, Herrlichkeit seiner Gnade. Das Herrliche daran ist die Gnade, die durch Christus gewirkt wird. Das ist das, was den Preis und das Lob und die Herrlichkeit wert ist. Das ist die Herrlichkeit darin. Die Herrlichkeit der Gnade Gottes. Worun er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Hier sehen wir auch in den Versen davor eine gewisse Zeitform, auch im Urtext natürlich, wo es also heißt, er hat uns begnadigt. Da lesen dann viele natürlich auch gerne von der Grammatik hinein, dass das eine Sache ist, die durch ist, die geschehen ist, die abgeschlossen ist. Wir sind begnadigt und damit sind wir auch auf ewig im Heil. Das kann man durchaus so sehen, wenn man das möchte, wenn man die Grammatik so verwenden möchte, dass hier das an eine Zeitform eingesetzt wird, die eine Sache ausdrückt, die abgeschlossen ist und in der Vergangenheit geschehen ist. Die also eine gemachte Sache ist, diese Begnadigung, die ist fertig. Die Begnadung ist durch. Komm, wenn was da wolle, die Begnadigung steht. Das kann man durchaus so sehen, kann man durchaus so anwenden, auch wenn man vielleicht auf die Grammatiken und auf die Zeitform nicht immer so viel Gewicht legen sollte, sondern eher auf den Zusammenhang des Textes selbst. Ja, und hier geht es jetzt weiter im Vers 7. Er hat uns begnadigt in dem Geliebten. Und das ist der Zweck, damit diese Gnade, die durch Christus gewirkt wird, verherrlicht wird, dass Gott damit verherrlicht wird. In diesem geliebten Christus, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Paulus erklärt jetzt und erfasst also wirklich durch diesen langen ersten Satz des Kapitel 1 zusammen, wie das alles funktioniert hat. Diese Erlösung durch sein Blut. Er erinnert die Epheser, dass diese Gnade und er beschreibt sie jetzt, er beschreibt, warum das so viel Herrlichkeit ist, dass diese Gnade gewirkt wird. Es hat einen Preis, es hat etwas gekostet durch das Blut. Und diese Gnade besteht darin, dass Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade hier geschehen ist. Und hier beschreibt Paulus diese Gnade als eine Sache, die ein großer Reichtum für uns ist. Und zwar muss es das auch sein, denn es ist ein großer Reichtum, wenn man Vergebung von Vergehungen vor Gott hat. Die sind ja schier, schier endlos. Sie sind nicht nicht aufzuwiegen durch eigenes Vermögen, durch eigene Rechtfertigung und eigene Rechtschaffenheit, ist es nicht möglich, diese Vergehungen selbst abzuschreifen. Und deswegen ist diese Gnade ein großer, großer Reichtum. Der Reichtum seiner Gnade. Gott musste in der Art und Weise, wie er Gnade vermitteln kann, weitergeben kann, musste er eine Möglichkeit schaffen, die viel, 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 viel Gnade ermöglicht. Und deswegen ist es eben auch so eine große Herrlichkeit und ein großer Preis und so viel Lob für diese Gnade Gottes. Dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat, überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Gott hat diese Gnade, weil es so viel davon notwendig war, weil es so viel vergeben werden muss, weil der Abstand zwischen uns und dem heiligen Gott so groß ist, musste Gott sie wirklich in Strömen über uns ausgießen lassen. Das ist dieses Bild. Und deswegen musste Gott das auch, weil er selbst ja heilig bleiben muss, in einer großen Weisheit und in großer Einsicht auch tun, weil das kann Gott nicht leichtfertig tun. Er muss diese Gnade, er muss irgendwie mit in einer Art und Weise diese Gnade weitergeben, ohne dass er selbst nicht mehr heilig ist. Er braucht seine eigene Weisheit, er muss es in einer Art und Weise tun, die ihn selbst nicht korrumpiert und die bei allem trotzdem noch des Preises und des Lobes würdig ist, die Gnade. Und deswegen ist das so wichtig. Und Paulus fährt diesen verschachtelten Satz weiter, er fährt damit fort und er sagt, er hat die Gnade überströmen lassen gegenüber uns. Wie hat er das gemacht? Er hat, und das ist jetzt ganz interessant, wie Paulus beschreibt, wie diese Gnade jetzt wirklich uns zuteil geworden ist, dass Christus jetzt das alles getan hat am Kreuz, das ist, denke ich, klar. Und das wussten sie an dieser Stelle auch, deswegen hat er das Kreuz hier jetzt gar nicht nochmal erwähnt. Aber er zoomt ein bisschen raus, er nimmt einen viel größeren Bogen, greift er auf, in dem Gott handelt in der ganzen Schrift. Er sagt, Gott hat diese Gnade, die man in Christus haben kann, uns gegeben, er hat sie überströmend uns gegeben, indem er uns etwas kundgetan hat, er hat uns davon erzählt. Im Vers 9 sieht man das, er hat, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens, er hat uns diese Gnade, dieses Wirk von Jesus Christus, das Evangelium kundgetan, als Teil einer anderen Information, einer noch größeren Botschaft. Dann kann man sich fragen, was ist denn noch größer als das Evangelium? Naja, er sagt, er hat uns dieses Geheimnis, dieses großen Willens, den er hat, für die Juden und für die Heiden, nach seinem Zweck, den er sich vorgesetzt hat in sich selbst, dieses Geheimnis hat er uns kundgetan. Und das Geheimnis ist, Vers 10, das hat er sich selbst vorgesetzt, für die Verwaltung der Fülle aller Zeiten etwas zu tun, für die letzte Form der Haushaltung, in der Gott die Ewigkeit letztlich auch verwalten wird, womit er schon in den Seelen, in den Herzen der Menschen auf dieser Erde schon anfängt, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, nämlich alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. alles möchte Gott, also alles, was auf der Erde geschieht, alles, was in den Himmeln himmlisch geschieht, alles, was gut geht, alles, was nicht gut geht, alles, was an Sünde da ist, was an Verwerfung da ist, alles, was an Heilswirken geschieht, im Himmel und genauso wie auf der Erde natürlich, all diese Dinge werden eines Tages zusammengefasst in einer Haushaltung. Es gibt keine Trennungen mehr zwischen einem Israel, im Bund Sinai und den Heiden, die dann durch Christus zum Glauben kommen. Es gibt diese, es gibt keine Trennung mehr, es wird alles zusammengefasst in der Fülle der Zeiten, das heißt in der Verendung der Zeiten und das war Gottes Plan und das war Gottes Plan und das ist die Offenbarung, die er gemacht hat, die er auch Paulus gegeben hat und dabei hat er natürlich auch ganz klar das Evangelium von Jesus Christus auch weitergegeben und dadurch hat er gezeigt, Gott hat einen Plan im Evangelium alles in Christus zusammenzufassen. Der große Plan, von dem wir auch im Galaterbrief tatsächlich lesen, dass alles unter einer Verheißung zusammengefasst wird und nicht unter dem Gesetz, sondern unter einer Verheißung, die Abraham gegeben wurde und die Erfüllung kommt durch Jesus Christus und in ihm wird wirklich alles zusammengefasst und alles zusammengebracht in einer Haushaltung, die Verwaltung der Fülle der Zeiten und weil Gott das so vorhat zu seiner eigenen Ehre, hat er, weil diese Zeit jetzt ja gekommen war zu der Zeit damals, das Evangelium wirklich offenbart und auch weitergegeben auch an die Nationen und damit schließen wir an dieser Stelle. und damit schließen